Herzlich Willkommen zu einem weiteren Video hier auf unserem Kanal, sofort und gleich YouTube. So Leute, wenn ihr keine Videos machen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben da lassen und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. So, ja, also Daily Shop für heute vom 22.06.2019. So, um mal hier eine richtige Anmod zu machen. So, also, jetzt, ja, wir haben hier hinten, wie hast du vorhin gesagt, wir haben heute zwei Fortbewegungen in uns, ne? Das erste Mal zwei Fortbewegungs-Emotes zugleich im Shop. Hüpf-Lama neu, gucken wir uns dann später an. Wir fangen jetzt erstmal auf der linken Seite an, aber das haben wir ja alles schon gehabt. Also, das heißt, wir können einfach mal ganz kurz durchklicken, einfach nur mal die Benotungen angucken, haben wir ja schon bewertet. Oben rechts in der Ecke das Video verlinkt. 3,6 von 5 und 28 Reminders. Dann kommen wir zum Spaltlicht. Dann hier ist das Spaltlicht, 4,2 von 5. Dann hier, der Flare, 3,5 von 5 bei 18 Votes. 18 Votes, was haben wir noch? Wir haben Essence und wir haben noch Core. Und Essence hat 4,3355 bei 6 Votes. Und Core, den find ich ja mega. 4,17 von 5 bei 6 Votes, find ich auch cool. Der Monika. Oh, ich find die mega, crazy, krank, geil. Dreh mal, dreh die mal ein bisschen rum. Erstmal, oh, guck mal, was mit dem Schwänz gewackelt. Hier. Oh, coole Schwingen da hinten. Also, ich find das Ding mega cool. Krieg von mir 10 von 10 Dämonika. Guck mal, die Klüge mit dem Eis ging. Ja, von mir kriegt die 8 von 10 Dämonika. Dämonika. 4,0455 bei 80 Votes zum ersten Mal am 22. März 2019. Schock gewesen, seitdem 5 waren und 88. Ich mein das. Teile. So, Hitze. Hitze. Für 500 V-Bucks. Eine animierte Lackierung. Ich find, die sieht echt geil aus. Ja. Ich find, die sieht wirklich cool aus. Also, diese Glüh-Effekt und mit dem Schwarz zusammen, find ich, passt mega, oh, Alter. Das sieht mega geil aus. Wirklich. Wow. Fettes Teufel. Na gut, das find ich jetzt nicht so geil. Guck mal, da ist eine Schraube und da ist kein... Ja, deswegen, aber das ist... Jo, das... Also, von mir kriegt Hitze auf jeden Fall 10 von 10. Von mir kriegt Hitze auch 10 von 10. Mega geil. Da haben wir eine Bewertung von 3,6 von 5. Bei 15 Worts, mit dem 25,000 Schokowesen. Seitdem 3x und 47. Wie mein das? Krass. Dann heiß Hacke. Die find ich mega fett. Die hab ich mir selber geholt. Für 1200 V-Bucks. Ich liebe diese Picke. Ja, und die erinnert mich auch so ein bisschen an From Dusk Till Dawn. Liebe Kinder, nicht danach suchen. So, heiße Hacke 1200 V-Bucks. 10 von 10. Was gibst du da? 9 von 10. 4,3 von 20 Worts. Zum ersten Mal am 22. März 2019 Schokowesen. Seitdem 5x und 16. Machen wir den Werkzeug-Effekt noch, bitte. Ich liebe die Picke. Quietscher. Oh nein. Oh nein. Das ist so ein Quälgeist-Ding. Vor 15 mal V-Bucks auch noch. Schrecklich. Ich weiß, du liebst das Ding. Das könntest du jetzt stundenlang wahrscheinlich machen. Warte. Och Gott. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, der Herr sofort, ist ja mein Sohn, ne? Und ich könnte mir vorstellen, wenn er das Ding in echt hätte, in real life, da würde es... Warte. Und ich kann euch auch noch mal lauter stellen. Nein, ich würde mal aufwürzen. Wie gefällt euch Leute, schreibt den mal in die Kommentare. Schreib's mal. Ich hasse diesen Remot. Dann geht's mir gleich ganz schlecht. Ja. So, für 1500 V-Bucks. Also von mir kickt er jetzt 3 von 10. 2 von 10. 10 von 10. 4,3355 bei 61 Votes. Zum ersten Mal am 4. März, ob er so 18 im Shop gewesen seit dem 19 mal und 63. Wie meint das? Fledergleiter. Fledergleiter. Von gestern. Hatten wir ja schon bewertet. Können wir einfach mal gucken. Schau mal, wie viel hat der denn jetzt? Oh. 4,8555 bei 5 Votes. Zum ersten Mal gestern im Shop gewesen. Und 3 Reminders. Dann kommen wir zum Blendend. Blendend? Zoom mal an die ran. Ich find die sich gar nicht so schlecht aus. Es gibt von mir 6 von 10. Einen von 10. Was? 3,7455 bei 43 Votes. Zum ersten Mal am 22. Februar 2019. Und dann ist der Shop gewesen seit dem 26 mal und 69 mal. Dann Billy Bounce. Billy Bounce. Das ist ein Vollbewegungsgebot. Mega geil das Ding. Der Beat ist cool. Der Beat ist wirklich mega fett. Ich find ihn richtig cool. Deswegen kriegt der Billy Bounce von mir 10 von 10. Von mir kriegt Billy Bounce auch 10 von 10. 4,93555 bei 30 Votes. Zum ersten Mal am 27. Mai 2019 im Shop gewesen. Seitdem zweimal und 207 Reminders. Grote Verteidigerin. Jetzt kommen wir zum neuen Emote. Absoluter Kult. Kult Skin. Definitiv. Kriegt von mir 7 von 10. Und so find ich ihn sogar noch besser mit der Mütze da drauf. 8 von 10. Für mich kriegt der 9 von 10. 3,955 bei 73 Votes. Zum ersten Mal am 25. Klick oder so aus dem 9 zum Shop gewesen. So den 25 mal und 113 Reminders. Jetzt kommen wir zum neuen Emote. Das ist der Subflama. Für 500 V-Bucks. What? 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 Also bin ich der Hüpfball oder was? Ja. Bist du bekloppt? Nee, du bist der Hüpfball. Ich habe gedacht, ich wäre derjenige, der oben drauf hüpft. Nö. Du machst das mit einem Hüpfball oder was? Na gut, der Bauch da unten sieht fast aus wie so eine Kugel. Ja. Also finde ich jetzt überhaupt nicht witzig. Hehehe. So. Also. Weg da. Weg da. Weg da. Weg da. So. Hüpf-Lama für 500 V-Bucks. Das ist ein Fortbewegungs-E-Mode. Oh ne, hörte mal auf. Äh, kriegt von mir. Das gab ich dem Hüpf-Lama. Ich finde eigentlich ganz witzig, kriegt von mir 47 von 10. Wie reicht es dir das auf die Sprache? 7 von 10? 8 von 10. 8 von 10. 4,5 von 5 bei 4 Wurzeln. Erst beim 22. Du siehst oder so. Das ist doch gewesen. Seitdem einmal ein Non-Reminders. Ja, wenn es euch gefallen, lasst mir einen Daumen nach oben. Schreibt was in die Kommentare. Aber nicht in den Kanal. Und schreibt es uns mal an, wenn es wieder heißt. Fortnite Daily Shop News. Mit dem wir dann sofort unten unten in dem Ende. Haut rein. Macht's gut, bis dann. Und schüsst dann bis zum Zuschauer.